Ja, wir wollen heute mal wieder was schaffen. Ja. Unmöglich, ja. Und ich muss das reißen hier. Und ich bin so ein richtig schlechter Spieler. Nur wegen uns ist das so kacke hier. So, guck mal. Ey, ist so einfach. Es ist auch einfach. Hallo. Habe ich jemals was anderes behauptet? Ja. Nee. Ey, was machst du denn jetzt? Das war ja ein Blödsinn, ey. Was soll ich denn machen? Erstmal jetzt schön ans Seil springen. Ich versuche es, aber... Ey, warte. Es geht nicht. Doch jetzt. Ach, ey. Scheiß das auf. Ich will da doch gar nicht rein. Was macht der da oben? Ja, der wird gleich wieder dich... Boah. Boah. Ey, ruhig, ey. Spring, spring, fliegen. Ey, wie er... Wie er mich nur noch hasst. Hast du gesehen, der ist nicht gelaufen. Ja, trotzdem. Spring, spring, fliegen. Danke. Danke, sagt er. Ey, langsam reicht's dir was. Ich geb' hier alles. Jetzt speicher ab, ey. Ich hätt' nicht speichern sollen. Willst du mich irgendwie verarschen? Willst du das? Boah, übel. Ey, bei Swanky zocken. Was war das denn? Ich wollte schnell da durch. Das ist jetzt... ...gar nicht gut. Wie viel Leben haben wir noch? Zwei. Ja, dann schaffst du's jetzt und dann... Ey, wie du alles auf mich abwälzen willst. Ey, ich hab mir auch wohl genug getan für dieses Spiel. Ich dachte, ich kann in der Ecke hängen bleiben, weil ich... Ja, ja, ja. ...kein Bock hatte, rüber zu fliegen. Ja, ja. Ey, ohne Sche... Ach, Mann, ey. Olek. Ja. ...genug getan für das Spiel, wenn ich das schon höre. Ist so. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Erst wenn es zu Ende ist, ey. Dann kannst du sagen, du hast genug getan für das Spiel. Dat sag ich dir mal. Bist du auch nicht auf der Arbeit? Arbeitest zwei Stunden, du sagst, ich hab genug getan für die Firma. Ich geh' nach Hause. Doch. Wo wollen sie hin? Ja, ich geh' nach Hause. Aber sie waren erst zwei Stunden hier. Ich weiß. Ich hab genug getan. So, jetzt musst du da runter. Fisch? Ja, den musst du ausweichen. Nein. Doch. Jetzt kommt er auf die Tour. Geh' mal links lang. Nein. Ich geh' auf... ...geraden Weg auf Zielfass. Nicht Zielfass, auf... Zielfass? Zielfass? Mittelfass. Wie ich sofort gebrandmarkt werde, ey. Wenn ich mal irgendwas hier... Zielfässer, ey. Es gab noch nie Zielfässer. Ich würde sagen mal, ich bin sehr erstaunlich gut hier. Ja. Du hast es wieder gejinxt. Das muss man von unten machen. Ja. Wäre ratsam. Jetzt pass mal auf, ey. Da bin ich gestorben. Warum läufst du einfach weiter? Ja. Ohne erstmal zu gucken. Ich weiß nicht. Weißt du, das ist... Lustlosigkeit, die du jetzt hier am Tag legst. Oh, Mann. Was anderes ist das gar nicht. Ja, dann mach's besser. Ja, ich versuch ja wohl mein Bestes. Schon die ganze Zeit. Aber du jedes Mal hier wohl am Sterben. Bei so ganz kleinen Pizzeldingern. Ich geb' bei K. Rool geh' ich hier alles. Ja, will ich auch mal hoffen. Ich spare meine Kraft, weißt du. Ja, das will ich auch hoffen. Aber der Boss ist nicht so schwer, der erste. Knopf auf. Hä? Ey, du änderst deine Meinung immer hundertmal am Tag. Ja, und? So wird's nie langweilig mit mir. Aber nur in Bezug auf irgendwelche Sachen, die du mal... Die ich behaupte, die du mal gesagt hast. Und dann kommt immer so ein Höhne. So ist das gar nicht. Das ist anders. Ist ja auch. Ach, komm, ey. Läh, läh. Oh, geht das nicht schneller. Ey. Ich versuche hier gerade wirklich, ja, dieses Spiel durchzuspielen. Oh, ähm. Guck mal, wie zauber ich damit du deine Abonnenten machst. Womit? Die wollen doch, dass es weitergeht. Ja, dafür kommen noch neue Sachen. Ja, aber die sind nicht so witzig, weißt du. Weißt du doch gar nicht. Haben wir die schon aufgenommen, oder? Ja klar, ich hab's im Kopf schon aufgenommen. Fuck, ey, ich sterbe an der Stelle. Was zum? Du bist. Warum? Ja, weil du diese Stellen besser kannst als ich. Du willst doch nur wieder, dass ich mein Leben Opfer. Guck mal, klappt doch alles. Ey, jetzt hör doch auf zu meckern. Ey. Ey, Junge. Du sagst doch selber, ich bin gerade nicht unabsolzellig dabei. Dann überlasse ich doch dem Chef die Sache. Ja, das Problem ist aber, was soll das denn? Was ist das denn? Guck mal, ey, wie gut er spielt gerade. Und da ist schon das Ziel. Ey. Wo die Decayments für links? Nein. Jetzt hol die. Das ist doch kein... Oh, Mann. Wie viel Kacke, wie er hier die Buchse gestrichen voll hat. Musste ich jetzt die letzten beiden Level, ey, musste ich dich durchziehen? Was ist das? Ich hab dich so weit gebracht überhaupt. Du hast von ganz klein angefangen. Jetzt, guck mal, wo du stehst, ey, ganz oben. Ey, das ist eigentlich dein Part. Ja, und deswegen stirbst du, oder was? Ey, hey, ich... I'm sorry, dang. Was ist das denn? Was ist das denn? Du meinst schon mal. Wie wärst du dir jetzt ein bisschen anstrengend? Äh. Aber jetzt kommt das wieder mit den Klingen, ey, und dann kriegt das wieder nicht gebacken da hochzukommen. Ja, oh, ist ja schön, dass du einfach stirbst, wie wärst du denn damit? Ja, wenn ich sofort durchs Feuer sterben würde, ja. Ja, dann könnte ich das auch nicht gebacken kriegen. Ja, wie wärst du, wenn du mal das Fass rechts holst und damit abballerst? Ja? Da ist ja echt... Ich dachte, klingen! Ey, du kannst ja unendlich lange da spielen, ja. Weißt du, ich weiß nicht. Hey, Junge, was ist denn los mit dir heute? Ja, was ist denn los? Guck mal, weil du mit Dixie wieder einfacher ist, ja. Weißt du, dann hab ich schnauzengestichen voll. Ja, wir können auch gerne wechseln. Ne. Ja, siehst du, dafür bist du dir zu stolz. Ja, das haben wir noch nie gemacht. Das machen wir auch nicht. Wie soll ich den denn treffen? Ja, danke. Ist er jetzt tot? Nein. Jetzt kommt doch noch K. Rool. Ja, das war mir schon klar. Ich mein, ob der Typ tot ist. Er denkt, du wärst schon durchgespielt. Das war der letzte Boss. Oh, geil, man fängt hier an. Ja, ist doch klar. Ne, wie klar ist das? Ja, für Leute, die das Spiel kennen, weißt du, ist das sonnenklar. Oh. Kann man das auf sein Ding da fallen lassen? Nein. Ey, das geht nicht schnell genug. Voll ins Gesicht, ey, voll ins Gesicht, ey. Oh, schön. Ey, leg ich doch, weißt du das? Oh, jetzt muss er ausweichen. Seine Bewegung muss ich nicht antizipieren. Ey, wie wär's, wenn du immer ruhig bist? Oh, ho, ho, ho. Der hat ja gar nichts gemacht. Ey, der hat mich in die Ecke gedrängt. Ey, fick dich doch, Mann. Wieso hast du dich einfach geduckt da, wie immer? Ne, weiß ich nicht, ey, weil man in dem Moment... Warum bist du nicht gesprungen? Der hat ja mal nicht... Das ist mit einem Komm sowieso nicht schaffe. Ey, das ist einfach Ausrede über Ausrede. Immer wieder... Das machst du, du musst dich ducken. Mann, ey. Wer wieder redet? Oh. Was war das denn? Ich krieg die Krise gerade. Wie er wieder rumnöhr geht. Drei Milliarden Bucks hat dieses Spiel. Ich seh keinen einzigen. Ey, du hast bestimmt auch Geld von Rare bezieht, ey. Los, das ist kein süß, ey. Shit, ey. Okay, lass mir Zeit hier, ey. Ich brauch jetzt hier meine Schuhe. Ich find das ein bisschen krass, dass die Fässer kaputt gehen. Na gut, äh, er gibt Sinn, ist ja klar, aber... Ich weiß nicht, was los ist mit dir, ey. Fertig? Ey, du bist der King. Mit, mit Stand. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ey, wir... Sofort alles. Tadeln. Weißt du, ich bin immer sehr... Weißt du, ich bin sehr tolerant. Ups. Nochmal. Weißt du, ich... Ich sag so, okay, mach's Fehler. Ich bin in Ordnung. Kann passieren. Und was wieder? Ja, geh mal nach links. Ey, was ist das für ein Spiel? Das ist voll uman. War bei zwei auch so. M-m-m. Doch. Nein. Doch, dann konntest du wieder die E-Bonus-Fresser benutzen. Nein, die waren weg. Nein. Ey, die waren weg. Endlich, nein. Ey, was sagt er mal echten Namen? Das ist mir egal, weil du verarschst. Ey, lass mal jetzt doch mal zu K. Rool. Nein. Doch, 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 mach mal. Nein. Mach doch mal. Ich will da nicht hin. Nein, mach doch mal bitte. Warum? Mach doch mal bitte. Nein. Mach doch mal bitte. Bitte, bitte, bitte. Warum? Mach doch mal bitte. Mach doch mal bitte. Warum? Mach doch mal bitte. Nö. Doch bitte. Ich bitte dich darum. Wieso sollte ich? Bitte. Was ist denn da? Bitte. Na, schon gut. Toll.